Barmix, die Küchenmaschine. Selbstgemachte Mürbe- und Kuchenteige schmecken einfach besser. Im Slicey kann man blitzschnell einen perfekten Teig zubereiten. Das Hackmesser einsetzen. Mehl, Butter, Salz und Zucker in den Slicey geben. Barmix kurz laufen lassen, dabei den Slicey auf der Arbeitsfläche stehen lassen. Dann in die Hand nehmen und leicht schütteln. Wenn die Masse fein krümelig ist, Flüssigkeit dazugeben. Kurz hacken, bis der Teig zusammengefügt ist. Und schon ist der Teig zum Auswahlen bereit. Träne Schnitt Servant Draeg 2 2 1 5